Hallo und herzlich willkommen zu Market Briefen von tradingportal.net. Ja, eigentlich waren wir ja schon alle in Weihnachtsstimmung, alles dümpelt so vor sich hin. Der DAX um Einstandsniveau, Wocheneinstandsniveau, Volumengeld raus. Ja, fröhliche Weihnachten und urplötzlich, was ist denn jetzt los? Da kommt ein großes Zellprogramm herein. Wir sind gestern Abend, ja, um alles schon ein bisschen in Weihnachtsstimmung waren, innerhalb von zwei Stunden von Wochen hoch aufs Wochentief gefallen. Urplötzlich, Sorge oder was war da los? Oder schließen große Hände plötzlich die Bücher. Nun, die Privaten wollten kaufen. Diese Hände sind einfach zu klein gewesen. Wir schauen es uns etwas genauer an. Und natürlich die Frage, fällt jetzt die Weihnachtsrallye aus? Was würde das heißen für den Markt? Eigentlich sind wir jetzt in der Marktphase, wo nichts anbrennen sollte und brennt was an. In der Vergangenheit war das ein großes Warnsignal. Auch das schauen wir uns gleich an. Sofort gerne nochmal der Hinweis, wir fahre noch ein bisschen das Chat-System und wir fahre noch ein bisschen Weihnachten mit der letzten Aktion, die ich für meinen Premium-Service anbiete. Für viele, viele Monate. Also wer jetzt vergünstigt, noch günstiger als ohnehin in den Premium-Service mit hineinkommen möchte, erster Link in der Videobeschreibung sollte jetzt zugreifen. Ansonsten ist diese Chance für sehr lange Zeit dahin. Greift zu, dann könnt ihr auch nächstes Jahr dann direkt mit vollen Informationen, 100% Informationen in der neuen Trader-Community mit durchstarten. Nützt diese Gelegenheit. Und ich möchte auch unbedingt nochmal auf meine großen Short-Checks hinweisen, die ich in dieser Woche gestartet habe. Für alle Indizes, DAX, S&P, DAO, Nasdaq und genau was jetzt gerade passiert ist, haben wir dort schon besprochen, dass wir so eine Top-Bildung übergehen können und danach eben eine stärkere Konsolidierung bevorstehen dürft. Das hat man dort alles angesprochen. Und auch die Bewegung, die gestern gestartet ist, passt zu, geht zu gut in dieses Szenario mit hinein. Also sehr gerne diese Videos auch mit anschauen. Auf meinem Kanal gibt es die Informationen. Aber jetzt schauen wir erstmal, was los war am gestrigen Handelstag. Warum und ob die Weihnachtsreddie nun in Gefahr ist und was das für den Markt bedeutet. Auf geht's! eToro CopyTrader. Kopiere die Investmentportfolios anderer Investoren genauso wie die besten. eToro, kluge Köpfe, kopieren kluge Köpfe. Wir sind am gestrigen Handelstag drin. Also es war, Entschuldigung, ein langes hin und her gedümpelt auf Einstand. Es sah am Abend aus. Es hat gar nichts mehr auf Tageseinstand hin und her gewackelt. Und urplötzlich, bap! Innerhalb von zwei Stunden ging es nach unten. Der S&P 500 hat den schlechtesten, hat den stärksten Tagesrückgang gesehen seit Ende September. Also ordentlich Bewegung drin gewesen. Die Nebenwerte haben ja erst horziert. Jetzt minus zwei Prozent. Also plötzlich ist deutlicher Verkaufsdruck, der hereingekommen ist. Mal gucken, wie der DAX reagieren wird. Der hängt ja letztendlich in seiner Range auf. Ziemlich auf Wocheneinstand. Komplett schon in Weihnachtsferien. Da war die neutrale Spanne ja die 16-6, 16-8. Hatten wir gestern auch gesagt. Vermutlich wieder schwächer an der 16-8. Haben wir auch gesehen. Komplett die Wochenrange wieder durchlaufen. Muss nicht mehr viel passieren. Alle Indizes jetzt letztendlich auch mit einer negativen Wochenperformance. Haben wir jetzt natürlich heute noch, morgen auch noch. Mal sehen, ob der Rebound noch mal gelingen kann. Und ob die Performance dann noch gerettet werden kann. Wehe, wehe, die Jahresendrallye fällt aus. Also beziehungsweise die Weihnachtsrallye. Die beginnt ja jetzt eigentlich erst mit der... Und zieht sich bis zur ersten Januarwoche über die Fahligkeiten hinweg. Hier in der Neise hatten wir den größten Downtick seit Juli und März. Also hier hat irgendjemand mal richtig Schipps vom Tisch genommen. Entweder wirklich Bücherschluss oder große Hände, die dann einfach gesagt haben. Gut, jetzt ist mir das alles zu viel Kontraindikation. Die haben wir ja immer wieder angesprochen. In privaten. Wir haben massiv gekauft. Kaufen immer noch massiv. Ja, die Hände sind vielleicht etwas kleiner als die großen Hände. Die jetzt den Markt verlassen haben. Das ist ein Punkt. Bücherschluss, Feiertage, danke. Jahresendrallye war toll. Das ist eine Frage, die da... Oder eine Antwort auf die Frage, was gestern los war. Oder eben das Narrativ, was sich etwas verschiebt. Warum wir denn jetzt so feiern die großen Zinsdenken? Das kann auch sein. Auch das schauen wir uns gleich etwas genauer an. Also dieser urplötige Verkaufsdruck an der Neiße. Die Gewinnserie ist nun Gefahr. Auch die wöchentliche Gewinnserie von sieben Gewinnwochen in Folge. Eigentlich sah es ja gut aus. Können wir hinschleppen. Diese Woche. Dann verkürzte Woche. Nächste. Und dann verkürzt dann auch die erste Januar. Dass wir hier diese Gewinnserie fortsetzen könnten. Hier die Gewinnserie auch beim Nasdaq nach neun Gewinntagen in Folge gerissen. Auch beim Daune ähnliche Gewinnserie. Und jetzt sehen wir nochmal die Gewinnserie der letzten Jahrzehnte. Das war schon massiv, was wir jetzt gesehen haben. Das kommt nicht aller Tage vor. Und jetzt unterbrochen ausgerechnet zur stärksten Saisonalität. Wir haben jetzt eigentlich die Monatsperformance. Die Monatsperformance ist weiterhin noch gut. Man hat ja gut draufgepackt. Auch hier nochmal die Rallye zu sehen für den S&P 500. 16% hat er an 36 Handelstagen geholt. Auch hier die Statistik jetzt zurück bis Anfang oder Ende der 1980er Jahre. Also solche Rallyes, die sind schon besonders. Solche scharfen Rallyes innerhalb kürzester Zeit. Natürlich gab es auch mal größere Bewegungen, die auch so Finanzkrise. Oder hier so zum Covid-Crash. Und da ist eigentlich immer das Umfeld. Oder hier dort kommen wir. Das ist eigentlich das Umfeld für solche Bewegungen. Da wiederhole ich mich ja auch, sage ich häufig. Solche heftigsten Bewegungen, auch heftige Rallyes, kommen meistens im Umfeld zustande, die nichts, was nicht so gut ist. Wo man hohe Schwankungsbreite hat. Wo es hohe Abverkäufe gab. Dann gibt es auch mal einen größeren Rebound. Also diese Schwankungsbreiten, die wir hatten. Dort kommen Bubble fällt auf. Finanzkrise fällt auf. Covid-Crash fällt auf. Und jetzt sind wir auch mit dabei. Es ist nicht immer das gute Umfeld. Und jetzt auch die Frage des Narrativen. Die Fett kippt jetzt um. Stark möchte sie umkippen. Ist das positiv? Ja, es ist bestimmt positiv. Ja, vielleicht ist es eben doch nicht so positiv. Dieses Umfeld. Die Big Techs, Big 7, die sind zurückgefallen auf Wochen tief. Also die haben auch leiden müssen. Sind sowieso ein bisschen nach oben gedümpelt. Die Moos-Torges-Doc viel besser gelaufen. Gestern auch in sich kollabiert. Also urplötzlich wurde man geweckt aus dem Weihnachtsfrieden. Weihnachtsfrieden, vorweihnachtlichem Frieden. Den Russell 2000, der hatten wir ja auch angesprochen. Dass der mit knapp 25% direkter Rallye innerhalb seiner Seitwärts-Range, die er seit anderthalb Jahren hat, wieder an der Oberkante angekommen ist. Und immer jetzt zum Niveau nach so einer starken Rallye, wo dann Schluss war. Wo der Gegenwehr aufkam. Und da sind wir angekommen. Und dann gestern, der Handelstag, komplette Umkehr. Hier ist die aktuelle Wochenkerze zu sehen. Momentan, das ist mein Chart, den ich einfach so reingeschmiert habe. Die Seitwärts-Range. Momentan die Wochenkerze direkt. Also seht ihr ja selbst. Eine ordentliche Umkehr an der oberen Range. Gut möglich. Das ist nach knapp 25%, so wie alle anderen Rallys davor. Erstmal Schluss ist, ob man jetzt gleich kollabiert. Das ist eine andere Frage. Aber diese Anstiegsbewegung von fast 25% könnte man mal konsolidieren. Und da bietet sich die 200-Tage-Linie durchaus an. Unterhalb der, oder um 1890. Das müsste man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Aber es kann auch mehr sein. Hier 1810, mittlere Bollinger Wand. Wäre auch noch vollkommen in Ordnung. Um danach hier vielleicht wieder dann den Start nach oben zu wagen. Aber das schauen wir uns schaute technisch Stück für Stück an. Erstmal der Punkt. Die starke Rallye auf einem Niveau, wo es in den letzten Monaten immer wieder Schluss war. Und die Wochenkerze sind momentan auch deutlich eingetrübt. Was eben gestern auch war. Was auffällig war. Dieser Verkaufsdruck kam auf. In einem Umfeld, was wir so vorgefeiert haben. Die Anlehrrenditen sind weitergefallen. Die 30-Jährige erstmals wieder unter 4% gefallen. Der Ölpreis ist gefallen. Da hat man sich auch gefreut. Da kommt auch die Inflation zurück. Die Erwartungen an Zinssenkungen sind gestiegen. Für März ist man jetzt eigentlich ganz sicher, dass dort die ersten Zinssenkungen kommen. Aber trotzdem ist das, was ein Tag vorher positiv war, plötzlich, um Gottes Willen, wird sich das Warum hinterfragen. Warum die FED umkippt. Warum die FED so schnell umkippen möchte. Und auch so stark umkippen möchte. Die Zinserwartungen für das nächste Jahr sind ja doch 160 Basispunkte. Wenn eine massive Zinssenkung auf uns zukommt, wird sie wirklich so kommen? Fragezeichen. Aber wenn es so ist, das schnelle Umkippen, das rasche Umkippen, das starke Umkippen, könnte man hinterfragen. Hatten wir so einen Wochenausblick ja auch immer besprochen. Wann schickert es bei den Märkten? Warum tut die FED das? Ist das wirklich aus der Liebe zum Markt heraus oder weil ja etwas im Argen liegt? Regionalbuck, das hatten wir so einen Wochenausblick angesprochen. Aber eben mögliche Gefahr, dass eine Rezession doch anklopfen könnte. Dass das Overtightening, dass die FED es übertrieben hat, hat ja auch ein viel höheres Zinsband als die EZB. Dass man jetzt unbedingt zurückfahren muss, weil man am Horizont schon sieht, oh Gott, die Konjunktur trübt sich doch deutlich ein. Denn gestern zum Handelsauftakt hatten wir auch die Zahlen von FedEx, Transportdienstleister, Ausblick mies, Abverkauf über 10%. Wäre ja eigentlich auch eine Warnung, wenn die Transportdienstleister sagen, oh, das nächste Jahr, also schauen wir aber nicht gut hin. Dass wir die weniger transportieren, ist das meistens kein guter Hinweis für die Konjunktur. Wurde noch ignoriert, aber so im Gesamtbild, vielleicht das Narrativ, Jura, die Zinsen werden gesenkt. Wir haben den Pivot bei der Geldpolitik, dass das Narrativ jetzt langsam kippt. Saisonalität, da sieht man halt nur das Positive, aber so langsam kippt es noch, könnte man das hinterfragen. Und das deutet sich etwas an, dass es hinterfragt wird, dass es eben nicht aus der Liebe zum Markt geschieht. Sondern vielleicht, weil die FED spürt, oh, wir sind ja am Overtightening dran, wir müssen umkippen. Ansonsten kippt die Konjunktur. Das ist eine Gefahr, die für 2024 durchaus gegeben ist. Die Financial Conditions und dass das die FED so hinnehmt, das ist wirklich zu hinterfragen. Die Financial Conditions haben sich so massiv gelockert, innerhalb kürzester Zeit, so stark wie damals zur Covid-Rezession und zur globalen Finanzkrise nicht mehr. Obwohl die FED noch nicht am Ziel ist. Die Kerninflation steht bei 4%. Es ist de facto kaum vorgekommen, dass die FED die Zinsen gesenkt hat. Also im normalen Umfeld, im Krisenumfeld, was anderes. Dass die FED die Zinsen gesenkt hat, obwohl die Kerninflation über 4% liegt. Das kam nur in Krisenzeiten vor. Und auch das könnte man hinterfragen. Warum nimmt man das hin, dass die Finanzbedingungen, die Financial Conditions sich so massiv lockern, obwohl man das Ziel eigentlich noch nicht richtig erreicht hat. Das ist ja auch die Gefahr, dass die Inflation einen Rebound erlebt, dass die Energiepreise hochkommen. Und das sickert durch. Warum? Warum tut das die FED? Das könnte uns Anfang nächsten Jahres begleiten, dass diese Frage stärker wird. Warum die FED so früh einlenken möchte oder die FED ruht dort zurück. Aber wäre das positiv für den Markt, wenn sie sagt, ich bin Zinsenken und das lassen wir doch wieder. Vermutlich eher die Frage des Warums, man so stark umkippen möchte. Warum man das zulässt, dass die Finanzbedingungen sich so lockern und eben die Inflation wieder antreiben können. Ihnen die Grafika, die auch gezeigt, in den letzten Tagen, in den letzten zwei Wochen massive Zuflüsse von den Privatanleger in ETFs, aber auch in Einzeltiteln. Also die Privatanleger massiv jetzt wieder gekauft. Nach 15, 18 Prozent im Nistat nach oben. Kauft es sich besser als im Oktober, wo man eigentlich eher die Kaufkurse hatten. Die kleinen Hände kaufen, die großen verkaufen, Fragezeichen. War auch etwas in Kontraindikation, die wir hatten. Aber noch ist die Weihnachtsrelle nicht ganz vorbei. Wir sind noch mal hinter die Saisonalität gezeigt seit 1950. Eigentlich in den besten Wochen jetzt drin. Mit der ersten Januarwoche brennt in der Regel nichts an. Über 80 Prozent ist diese Zeit positiv. Brennt da doch was an. Also diese positive Saisonalität sehen wir jetzt verkaufsdruck schließen. Vielleicht negativ die Weihnachtsrelle. Wäre das ein negatives oben? Schauen wir mal auf die Statistik. So häufig war es wahrscheinlich nicht der Fall, dass die Weihnachtsrelle ausgefallen ist. Also jetzt genau diese Zeit über die Feiertage mit der ersten Januarwoche. Das ist die eigentliche Weihnachtsrelle. Und wenn diese ausfällt, wenn wir negativ sind, ja, dann war der Januar in der Regel auch negativ. Und auch häufig, ne, Umfeld.com, Babelfinanzkrise, war der Januar negativ. Erste Quartal gab es fast nie Rendite und sogar Abverkäufe. Und auf Jahressicht, ja, es war ein bisschen alles verdreht. Wir hatten auch eine Rallye 2015, 2016. Aber ansonsten auch nicht viel zu. Also es ist schon durchaus eine Gefahr, wenn der Auftakt ins Jahr misslingt. Wenn der misslingt, die Weihnachtsrelle ausfällt, ist das eine Warnung. Ist das eine Warnung, wenn die positive Saisonalität nicht greift? Noch sind wir nicht so weit. Momentan rutschen wir in die negative Performance hinein. Aber noch können wir, hm, und da husten ist immer noch ein bisschen da. Noch können wir aber hier einen Rebound hinlegen und doch den persönlichen Abschluss finden. Ich hatte es ja zu den Shortchecks gesagt. Top-Bildung kann ich mir vorstellen. Mal runter, dann noch vielleicht über die Feiertage nochmal hoch. So ein tiefer gestelltes Hoch. Schauen wir uns gleich im Shortcheck an. Das ist ein bisschen meine Basisannahme. Aber wehe, wehe, das ist ein bisschen im Hinterkopf. Wenn wir jetzt in der Tat Verkaufsdruck haben, über die Feiertage, dann war das in der Historie eine Warnung. Eine Warnung, dass man vielleicht etwas zu optimistisch aufgestellt hat. Auch hier nochmal die Performance, die eigentlich seit 1950 80%, oder 79,5% ist diese Zeit eigentlich positiv. Da brennt nichts an. Da gibt es leichte Gewinne im Durchschnitt, etwas über 1%. Aber wehe, wehe, es passiert nicht. Und wir haben das Gegenteil. Was wir auch nochmal sehen, hier im S&P 500 Future, hatten wir ja im Jahreslauf extreme Schott. Positionierung. Wir hatten ja auch immer angesprochen hier an dieser Stelle. Und diese extreme Shortpositionierung war natürlich auch ein bisschen die Gefahr, dass wir mal einen heftigen Shortsqueez hineinlaufen. Vierte Quartal hat sich dafür angeboten. Und dieser Shortsqueez, die Shortpositionierung, haben sich doch jetzt wieder durchaus nahezu komplett egalisiert. Wurden abgebaut. Chance für die Bären doch nochmal wieder anzugreifen. Also zumindest auffällig, dass diese Extrempositionierung, von dem wir auch im Jahresverlauf immer wieder gesprochen haben. Diese wurden jetzt mit dieser Rallye auch komplett abgebaut. Was ebenso auffällig ist, das Narrativ. Vor einem Jahr hatte ich ja auch schon gezeigt, die Prognosen der Großbacken. Der Goldman Sachs hatte ich hier gezeigt. die jetzt durchaus besser war mit ihren Prognosen. Aber wenn man die ursprünglichen Prognosen sieht, auch vor einem Jahr, oh Gott, das war 2024. Was ist das so bitter? Im besten Fall, 2023 sehen wir nur die 4.000. Im negativen Fall dann 3.100 aus dem S&P 500. Komplett anders gekommen. Lagen alle mega daneben. Und jetzt sind jede ihrer Prognosen für die Konjunktur, für den Jahresendziel 2024. Alle werden nach oben angehen. Aber jetzt ist alles wieder spitze. Soft Landing ist sowieso spitze. Also eine harte Rezession trifft er sowieso nicht mehr. Das nimmt keiner eine tiefgreifende Rezession in Kauf. Wenn dann leicht Stagnation könnte reinrutschen. Aber Soft Landing, es fällt aus. Die Konjunktur ist resilient. Das ist jetzt schon die Basisannahme. Auch hier Kontraindikation für ein Jahr. Das kann gar nicht gut werden. Was ist es geworden? Wir haben eine Rallye gesehen. Und jetzt? Das ist spitze. Wir haben nur das Beste. Die Inflation fällt. Die Rezession fällt aus. Die Sinssenkungen kommen. Die Kursjahresendstil von S&P 500. Da passen wir alle nach oben an. Wenn wieder so ein Gleichklang besteht, ist es ja in der Tat auch gefordert. Die Wahrheit eher irgendwo in der Mitte liegt. Und hoffentlich nicht wieder komplett auf der Gegenseite. So wie es eben mit der Wahrscheinlichkeit vor einem Jahr war. Da hieß es, oh Gott, Kursniveau ganz mies. Die Rezession ist sehr wahrscheinlich. Nun ist alles komplett umgekehrt. Auch ein bisschen Vorsicht angebracht. Kurzer Blick nach Deutschland. Ich hatte es schon gestern gepostet im Trading Chat in der Trader-Community. Kommt mit hinein. Dann wird da seit dem nächsten Jahr auch gut informiert. Inflation, Rebound, ist im Januar zu erwarten. Da gibt es schon mal die neuen Inflationsrate, die vermutlich dann nicht mehr so feierlich wären. Wir hatten jetzt die Inflationsrate 2,4% Eurozone fast am Ziel. Zinssenkung, let's go. Wir hatten die Inflationsrate in Deutschland, muss ich fast lösen, 3,2%, lag man glaube. Jetzt haben wir auch das Draner mit dem Haushalten, mit den Kostensteigerungen, die jetzt kommen, auf den Bürger zu, weil eben der Haushalt so eine Schieflage ist beziehungsweise angepasst werden musste. Hier die ersten Neuberechnungen, wie sich das dann auswirkt, auf die Inflation von der Commerzbank. Und sie geht davon aus, dass allein im Januar, nur aufgrund dieses politischen Effektes, die Inflation um 0,7% höher ausfallen dürfte und dass man nach 3,2% plötzlich wieder über der 4% stehe. Das wäre auch schon ein kleiner Schocker bei den neuen Inflationsdaten, die da kommen. Wir fallen, Inflation ist besiegt. Jetzt endlich Zinssenkung, let's go. Und Softlanding auch noch. Dann lass jetzt mal im Januar die nächsten Inflationsdaten reinkommen, urplötzlich mit deutlichen Aufwärtskorrekturen. Dass das Ziel, den letzten Meter Richtung 2% doch steinig werden und dass dann vielleicht die Zinssenkung auch wieder nach hinten verlagert werden. Zinssenkung am März, wenn plötzlich die Inflation einen Rebound erlebt und wieder über 4% steht. Das wird dann plötzlich hinterfragt. Und wenn das dann auch noch, wenn die Konjunktur dann auch noch hinterfragt wird, dann ist das Goldilockszenario urplötzlich auf ganz möglichen Beinen. Also bestes Szenario, stabile Konjunktur, Zinssenkung und zugleich Inflation fällt auf Ziel. Niveau Inflation mit Rebound, wieder über 4%. Softlanding doch hinterfragt, wenn die Konjunktur eintrückt. Und dann darfst du es dann mit den Zinssenken und dann fallen die erstmal auch aus. Also das Goldilockszenario könnte zum Jahresauftakt auf ernste Probe gestellt werden. Die Inflation in Deutschland dürfte wieder anziehen. Da kommen auch die Basiseffekte im nächsten Jahr dazu. Und was ist, wenn der Ölpreis nicht mehr kollabiert, sondern auch etwas zulegt. Also in der letzten Meter weiter Inflation, weiß ich nicht, ob man das zu früh feiern sollte. Es kann gut sein, dass die Zinssenkung sich doch noch verschieben dürfte. Und wenn sie trotzdem durchgezogen wäre. Bei so einer hohen Kerninflation, man zieht sie trotzdem durch. In diesem Umfeld gab es das nur, wenn das Umfeld nicht gut war. Also wenn irgendwas im Arken war. Termine heute, ja, endgültige BIP-Daten, vermutlich nicht mehr interessant. Erstanträge für die FED-Index, vielleicht noch der wichtigste Punkt. Früher in der Katon USA dürfte nicht zu schwach ausfallen. Denn aktuell, dieses Umfeld, wo man hinterfragt, warum senkt die FED denn plötzlich, oder möchte die FED jetzt, sind wir ja noch gar nicht so weit. Aber warum möchte die FED bereits ab März umkippen und dann quasi mit jeder Sitzung senken, wenn dieser Index plötzlich, für mich der wichtigste Frühinterkarte, plötzlich schwach ausfällt, könnte dieses Narrativ, oh Gott, vielleicht nicht aus Liebe zum Markt. Vielleicht, weil etwas im Argen liegt, könnte dann unterstrichen werden. Mal sehen, also die Märkte brauchen den Rebound. Wir gehen kurz noch hinein in den DAX. Gleich ist die Eröffnung. Ja, letztendlich, das, was ich seit Wochenanfangs sage, ich sehe den DAX neutral zwischen 16.6 und 16.8 in dieser Woche. Gestern waren wir nochmal an der 16.8 ran, denn sollte Schwäche aufkommen, es kam die Schwäche auf. Momentan stehen wir aber hier drin, hier im Wochenschort. Und genau das, was ich seit Wochenanfangs möchte, jetzt nicht weiter groß thematisieren. Ich gehe eigentlich davon aus, dass wir eben die Feierlichkeiten nutzen nächste Woche, erst die andere Woche für eine mögliche Topbildung, um danach dann eine Konsolidierung einzuleiten. Und der einen Top braucht auch seine Zeit. Ich gehe mal kurz noch hinein in den Tagessort. Der Aufwärtstrend wurde ja schon verletzt. Da sind wir hier in der Aufwärtstrendklinie in den letzten Tagen immer so entlang gewackelt. Und es ist genau das Szenario, was ich besprochen habe. Schaut euch gerne wirklich diese übergeordneten Videos noch an für den DAX und die US-Indizes, dass man eben auch für eine Topbildung Zeit braucht. Und die könnte man wunderbar nutzen über die Feiertage. Das hatte ich gesagt, runter mal, man so tiefer gestellt ist hoch. Und dann haben wir das Top fertig, sind dann Anfang Januar und könnten dann vielleicht mal die Konsolidierung beginnen mit den interessanten Zielzonen, die ich, wie gesagt, dann in den großen Videos gezeigt habe. Also momentan, jedes Top-Bildung braucht etwas Zeit, ist nicht mit ein paar Handelstagen abgefrühstückt. Da können wir zwei, drei Wochenkerzen daneben stehen und die bieten sich einfach an mit über die Feiertage. Also momentan Rücklauf, dann mühsam nach oben. Es sieht ein bisschen danach aus, so ein tiefer gestelltes zweites Hoch könnte kommen. Denn schon an der 16.8 wäre dann die sehr schwisse Variante, weil wir hier schon top beschweren und dann runterlaufen möchten, wäre die sehr schwache Variante. Ich kann es mir aber noch vorstellen, wenn die Weihnachtskarte doch noch ein bisschen gerettet werden soll. Also über Silvester, erste Januarwoche, dass wir vielleicht sogar über die 800 dann doch noch mal im Bereich 16.9, 16.950 steigen können. Aber alles so mühsam hoch, wäre für mich eher der Hinweis. Danach geht es runter mit der späten weihnachtlichen Stimmung. Also momentan das Szenario Top-Bildung läuft für mich weiterhin. Die Hauptannahme, kurz mal der S&P 500. Tja, wir hatten eine super Serie hier im Wochenschort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt gestern innerhalb von anderthalb Stunden von Wochen hoch auf Wochen tief gefallen. Schwächster Tag seit September. Tja, stehen wir jetzt wieder unterhalb. Wir hatten ja den Bereich der 4.735. Oberhalb sollte die 4.770 noch kommen. Haben wir geholt. Dort drüber allzeit hoch. Ja, noch mal über Schwäche gesehen an der 4.770. Stehen wir wieder unterhalb der 4.770. Es werden die nächsten Überpfahl-Tage, wäre es 4.740. Bleiben unterhalb der Trendlinie. Riecht es doch eher danach, dass die Konsolidierung, die Top-Bildung bereits beginnt. Kämpfen wir um die 4.700. Ja, dann bleibt die Range vermutlich eng. Und unterhalb kann ich mir vorstellen, dass sogar schon Druck aufkommen kann Richtung 4.6. Aber das auch im Sinne einer möglichen Top-Bildung. Auch ein Top braucht Zeit. Hier dieses Top hat 2, 3 Wochen gedauert. Hier dieses hat 3 gedauert. Mit der 4. ging es runter. Mit einer Wochenkerze ist dasselben getan. Und was bietet sich an? Die verkürzten Handelstage, verkürzten Wochen über die Feiertage. Da kann man eben auch mal eine Wochenkerze ausbilden. Und dann haben wir zu 2, 3 fertig. Und beginnen wieder den Handel im Januar. Und vielleicht sind es dann bärische Kerzen für eine Top-Bildung, damit dann eine große Konsolidierung anstehen kann, abgearbeitet werden kann, die aber durchaus bullisch verlaufen kann. Schaut euch das wie gesagt in den Videos, die ich euch erstellt habe in dieser Woche. Hier der Aufwärtstrend. Verletzt. Nun erstmals verletzt. Schluss auf Tagestief. Gestern hier im Tagesschau drinnen. Ja, es ist schon der erste Hinweis. Ja, hier kann Druck aufkommen. Ist nicht jetzt gleich der Abwärtsdruck, der durchkommt. Und das wäre ein großes Warnsignal. Haben wir jetzt den Abwärtsdruck. Santa Rally fällt aus. Weihnachts Rally fällt aus. Warnung, Warnung, Warnung. Es meint auch die Historie. Aber ich kann mir, wie gesagt, auch hier gut vorstellen. Analoges Bild hier beim DAX. Da sind wir ja auch erst durchgebrochen durch den Trend. Und dann sind wir, ich kann es ja nochmal kurz zeigen, beim DAX sind wir durchgebrochen. Sag mal. Oh, wie viel Stifte hier drin sind. Durchgebrochen. Durchrollen, ein bisschen rein. Ich habe die Feinung mit drin. Aber sind wir hier durchgebrochen. Und dann sind wir hochgelaufen an der Trendlinie. Das kann ich mir sehr gut beim S&P 500, oder dem US-Indizier jetzt auch vorstellen. Durchgebrochen. Stabilisieren uns vielleicht jetzt hier in der 4.680, 4.700. Und dann laufen wir ein Stückchen weißer über die Feiertage wieder nach oben. So mühsam, Feiertag, Feiertag, Feiertag. Und bilden dann das zweite, tiefergestellte, hoch, aus. Kleines Doppeltop. Feiertage fertig. Neues Jahr. Und dann kann die Konsolidierung mal stocken in die Zonen, die ich hier euch im großen Bild gezeigt habe. Und im neuen Jahr ist hoffentlich mein Husten weg. Das war doch eigentlich schon besser. Also auch hier so ein Rutsch, da hakt man nicht so einfach ab. Da kommt nochmal was nach. Aber über die Feiertage eben gut denkbar, dass wir hier an der Trendlinie nochmal hochwandern wollen. Vielleicht um die 4.740 dann schon topisch werden. Zweite, tiefergestellte, hoch ausbilden. Und dann eben die Top-Bildung abgeschlossen haben. Und dann Januar, dann durchaus mal die Konsolidierung einleiten können. Dow Jones, kurzer Blick auch hinein. Hier auch nochmal zu sehen. Das hatte ich ja alle zu zeigen. Hatte ich alle gezeigt zu den einzelnen Videos, für die ausführlich bitte anschauen. Auch dieses Muster hier. Und das war die Rallye letztes Jahr, Oktober bis Dezember. Und dann kam schon etwas Schwäche hinein. Die Ausprägung diesmal genauso. Oberseite getestet. Oberhalb der 37.000 sollte. Aber eben auch noch die Oberkante in den Blickpunkt drücken. An der 37.6 angekommen. Gestern zurückgefallen. Fast auf die 37.000 gefallen. Das ist erstmal die neutrale Wochenrange. Dort könnten wir auch topisch werden. Vielleicht nochmal eine Wochenkerze daneben ausbilden. Hier waren auch eine 3-Wochenkerze mit der 4. kam Schwäche hinein. Ein Gipfel braucht auch Zeit. Ich wiederhole mich dann. Und das könnte mir nützen, dass wir hier doch noch ein bisschen kämpfen. Auch in der nächsten Woche dann neutral letztendlich die Woche beschließen. Aber so ein neutrale Wochenabschluss, neutrale Wochenkerze kann dann eben auch eine Topikerze sein. Unterhalb der 37.000 droht dann vielleicht doch stärkere Abgabedruck, dass dieser dann doch schon aufkommen möchte. Hier im Tagesschart ebenso. Tageskerze gestern ziemlich genau oben angekommen. An der Verbindungslinie hier nochmal zu sehen. Dieser großen Keilformation angekommen. Schwäche gehabt. Und direkt auch den Aufwärtstrend verletzt. Sagen wir ja knapp unter halb 36.000, ja 37.000. Wenn wir es dort stabilisieren, Chance vielleicht in der Tagesschart. Analog das Bild zum S&P. Wenn wir nochmal ein bisschen nach oben laufen und dann vielleicht das tiefer Gestellte hoch. Und das ist ein bisschen meine Basisannahme jetzt. Dass Weihnachten jetzt nicht komplett ins Wasser fällt, wenn man abverkauft wird. Kommt nochmal Tiefpunkt nach. Aber dann vielleicht stabilisieren. Nächste Woche. Da ist kein Händler da. Wir haben trotzdem noch etwas Handel. Ein dünnem Volumen. Wird noch ein bisschen so kleine Tageskerzen nach oben. Aber es ist dann nur das tiefer Gestellte hoch. Und ja, die Gefahr, dass wir dann Anfang Januar doch mal die Konsolidierung einleiten können. Hier in die Box, die ich sehr interessant finde. Aber auch das hatten wir alles ausführlich besprochen. Beim Nasdaq auch nochmal ganz kurz hinein. Hier im Nasdaq Wochenchart. Ist auch meine Basisannahme hier noch ein bisschen zu sehen. Für Nasdaq habe ich ein extra Video gebracht. Schaut euch das einfach an. Hier ist der Impuls vom letzten Jahr. Ist meiner Meinung nach in der Abschlusswelle. Und ja, der Abschluss wird es sich sehr gut anbieten zum Jahreswechsel. Und wir sehen die aktuelle Wochenkerze auch auf Wochentief. Ist noch nicht vorbei. Aber es kann eben topisch werden. Es muss nicht mehr viel werden. Oberhalb der 16.6 sollte man eben noch so knapp Richtung 17.000 laufen können. 1 Allzeithoch und 17.000 wäre es über Feiertage möglich. Die Hauptannahme sind auch Stück für Stück hochgelaufen. Haben wir es jetzt eigentlich herausgeholt, herausgenommen. Ich glaube nicht mal ganz. Vom Intraday-Spike nicht ganz. Auf der Tagesschlussbasis schon. Also sind wir herangelaufen ans Allzeithoch. Mehr muss nicht sein. Und dann ist ein bisschen die Gefahr, dass wir diese große Bewegung, die wir hier seit Oktober ausgebildet haben, dass wir diesen mal konsolidieren müssen. Anfang nächsten Jahres. Was komplett im bullischen Muster verlaufen kann. Was dann aber noch mal wehtun kann. Schaut euch bitte dieses Video an. Da habe ich wirklich alles im Detail aufgetüdelt. Der Aufwärtstrend ist beim Nasdaq noch intakt. Wäre heute um 16.500. Halten wir die Zone gut möglich, dass der Nasdaq doch noch ein bisschen nach oben laufen möchte. Auch die 17.000 ist dann noch nicht komplett abzuschreiben. Brechen wir auch hier den Aufwärtstrend. Und glaube ich, dass wir dann schon analog das ähnliche Bild haben werden. Dass wir hier noch mal hochdümpeln. Eventuell geht die Konsolidierung schon los. Mit den tiefer gestellten Hoch. Momentan beim Nasdaq noch die Chance gegeben. Klammern wir jetzt um die 16.600. Dass wir vielleicht doch noch das Allzeithoch holen. Vielleicht sogar um die 17.000. Ist noch nicht ganz abzuschreiben. Nur die Feiertage. Aber haben wir jetzt Schwäche. Brechen auch den Aufwärtstrend. Und dann ist das Bild analog zum DAX, analog zum S&P 500 und zum Dow Jones. Das soll es gewesen sein. Wie gesagt, schaut euch bitte diese Short-Checks an. Auf meinem Kanal habe ich mir Mühe gegeben. Wirklich ausführlich das große Bild gezeigt. Und genau das, was wir aktuell sehen. Das hatte ich da auch schon angesprochen. Dass das so ein Drohnen kann. Und vielleicht, dass die erste Jahreszeit, beziehungsweise das erste Quartal, nochmal Schmerzen mit sich bringt. Aber dann durchaus eben auch wieder die Chancen für die Bullen. Nur momentan das Umfeld. Alle Privaten kaufen jetzt im Oktober. Diesen Jahres wollten sie nicht kaufen. Da hat man verkauft. Ja, nach 15, 18 Prozent oder beim Rassel über 20 Prozent geht man massiv rein. Massive Zuflöße und Core-Volumen. Also das Wetten auf steigende Kurse auf Rekordniveau. Das sind Kontraindikationen. Das sind Kontraindikationen. Die letzten bezahlen dann die Rechnung. Wer jetzt auf diese Rallye noch stark aufspringen möchte, sollte eng absichern. Oder man bezahlt eben für diesen Anstieg. Und die ersten dicken Hände, großen Hände haben anscheinend den Markt verlassen und lassen das jetzt mal die Privaten machen. Und die bezahlen meistens dann doch die Rechnung. Kurzer Hinweis. Erster Link in der Videobeschreibung. Letzte Aktion für viele, viele Monate. Wer mit hineinkommen möchte, wer aufs nächste Jahr dann gut informiert starten möchte, kommt mit in den Premium-Bereich. Kommt mit in das neue Schatzsystem hinein. Was so viel mehr bietet. Und ja, da bleibt ihr informiert. Schaut technisch. Research. Vom früh bis abends bin ich dort mit drin. Erster Link in der Videobeschreibung. Jetzt nochmal für ein paar Cent am Tag. Könnt ihr mit dabei sein. Günstiger geht es wahrlich nimmer. Da stecke ich glaube ich jede Konkurrenz in die Tasche. Das soll es gewesen sein. Kommt noch gut in diesen Handelstag hinein. Mal sehen, ob wir uns halten können oder ob doch der Abverkauf fortgesetzt wird. Wehe, wehe. Bitte keinen Abverkauf in der Weihnachtsrallye-Phase. Es wäre ein ganz schlechtes O. Bis bald. Mach's gut und ciao.